Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu unserer SQL-Serie. Heute mit der Installation von MySQL. Und ja, das ist ja tatsächlich einer der meistverbreitetsten und auch populärsten Anbieter. Okay, sogar der populärste steht hier oben, sehe ich gerade. Von Datenbanken, von SQL-Datenbanken. Und die wollen wir natürlich uns hier angucken. So, jetzt, wie installieren wir das Ganze? Naja, wenn ihr auf einem Server seid, das heißt da, wo es dann am Ende vielleicht auch am besten laufen soll, dann wahrscheinlich ist das ein Linux-Server und dann über die Paketquellen bitte. Aber für die Entwicklungsumgebung, für eure lokalen Systeme, da könnt ihr das auch wunderbar hier einfach bei euch installieren. Völlig egal, welches System ihr habt, ihr geht hier oben einfach auf Downloads. Also unter mysql.com landet ihr automatisch hier und dann unter Downloads. Und dann gibt es hier unten, also klar, es gibt Bezahlvarianten, aber wir wollen die Community-Variante, die kostenlose Community-Variante. Und selbstverständlich gibt es dann, wie gesagt, im JUM-Repository, APT und SUSE-Repository jeweils für Linux die Datenbank zum Herunterladen. Die Konnektoren schauen wir uns dann in der jeweiligen Sprache an. Und natürlich gibt es auch für andere Systeme, also Mac und Windows, eine Möglichkeit, das Ganze zu installieren. Wenn ihr unter Mac seid oder unter Linux und die Repositories hier nicht benutzen wollt oder unter Linux und irgendwie mehr Arbeit wollt, dann nutzt einfach hier den Community-Server und die Workbench. Diese beiden Dinge habe ich euch hier schon mal aufgemacht. Ihr könnt hier euer System auswählen, was ihr hier habt und das ganze Ding dann runterladen. Wenn ihr unter Windows seid, würde ich euch den MySQL Installer for Windows empfehlen. Ja, dringend sogar, denn dort könnt ihr direkt alles herunterladen, was ihr auf einmal braucht. So, ihr habt hier zwei Varianten. Einmal die Variante, die sich während der Installation alles runterladen. Einmal die Variante, bei der schon alles heruntergeladen ist. Sucht euch aus, die sind absolut äquivalent. Wählt hier oben euer Betriebssystem aus. In dem Fall gibt es hier nur Windows, wie gesagt. Bei den anderen könnt ihr es euch komplett aussuchen. Und dann können wir uns das runterladen. So, wenn wir das runtergeladen haben, dann sieht das so aus. Und wir gehen jetzt einmal gemeinsam durch die Installation durch. Ist jetzt kein großes Hexenwerk, wenn ich das Ding sehen würde. Hallo? So, ja. Okay, dauert ein bisschen. Es tut mir sehr leid. Und, ja, extrahiert das einfach erstmal. So, wenn es dann geladen hat, könnt ihr hier auswählen, was ihr genau herunterladen und installieren wollt. Ihr könnt den Developer Default installieren. Der ist eigentlich ziemlich solide, wenn ihr entwickeln wollt, wenn ihr programmieren wollt damit. Da sind auch schon einige Konnektoren dabei dann für Java, für .NET, also C Sharp, für C++, für OBDC und weitere scheinbar auch dabei. Aber für Python zum Beispiel muss man ihn dann über PIP sowieso installieren. Ihr könnt ihn aber auch Server-Only installieren. Das installiert halt wirklich nur den Server. Ihr könnt Client-Only machen. Dann habt ihr die Shell, den Router, den Workbench. Würde ich nicht machen. Also wir brauchen tatsächlich mehr als Server- oder Client-Only. Das, was ihr am ehesten machen wollen werdet, ist Custom wahrscheinlich. Da könnt ihr dann auswählen, was ihr haben wollt. So, wir können hier einmal auswählen, dass wir den Server haben wollen, beziehungsweise welche Variante des Servers können wir auswählen. Wir können die Application auswählen. Hier auf jeden Fall den Server und die Workbench. Die beiden braucht ihr auf jeden Fall. Und die Konnektoren, je nachdem, was ihr dann am Ende auch verwenden wollt. Ich werde jetzt hier zurückgehen und einmal die Vollinstallation benutzen, weil ich sowieso alles benötige ständig und ja, zu irgendwie allem sowieso Tutorials habe. Also von dem her, ja, macht es bei mir auch keinen großen Unterschied. Könnt ihr auch machen, ist jetzt nicht dramatisch. Muss dann erst runtergeladen werden, dauert ein bisschen und dann wird das installiert. Wenn es fertig ist mit runterladen, steht hier überall Downloaded, dann können wir hier auf Next gehen und können auf Execute gehen und dann wird eben eins nach dem anderen installiert. So, und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr hier auf Next gehen. Habt im Endeffekt alles, was ihr braucht. Jetzt müsst ihr nur noch konfigurieren, das heißt hier zum Beispiel den Router am Ende Ready to Configure steht dabei, seht ihr selber. Und ja, hier dürfen wir dann das ganze Routing soweit aufsetzen. So, was bedeutet das jetzt? Wir haben hier, im Endeffekt, wir können auswählen, wie das Ganze developed oder wie das Ganze konfiguriert sein soll. Wollen wir das als Development Computer haben? Das ist das, was wir hier machen wollen. Wir wollen ja in Programmiersprachen auf diese Datenbank zugreifen. Allerdings, wenn wir sagen, wir wollen das wirklich laufen lassen auf einem Server, dann haben wir hier den Server Computer ausgewählt. Dann wird das etwas anders konfiguriert. Das heißt, Memory wird optimiert. Es wird alles optimiert sozusagen. Während wenn wir Development auswählen, dann wird, naja, eben alles auch für uns besser zugänglich gemacht. So, wir packen das hier auf TCP-IP-Port 3306. Das muss euch nichts sagen, falls doch, 3306 ist der Standard-Port und wir öffnen die Windows Firewall dafür. Und wir wollen natürlich auch die Advanced Options zumindest uns mal angucken. Wir brauchen hier nämlich für manche Dinge mit Development brauchen wir die Legacy Authentication Method. Das heißt, wir behalten die Kompatibilität zu alten MySQL-Versionen, weil manche Libraries vielleicht noch nicht upgrade sein können, je nachdem, was ihr da benutzt. Ich würde euch zwar empfehlen, alle Libraries immer upzugraden, aber manche haben eben diesen Support noch nicht. Ihr könnt es gerne ausprobieren, wenn ihr hier die normale Passwort-Encryption habt. Manche sind halt noch nicht dabei und manche muss man eben noch upgraden. Je nachdem, wann ihr das Video hier guckt, wird das auch gar nicht mehr nötig sein. So, MySQL-Root-Password können wir irgendwas eingeben. Ich werde jetzt hier Root eingeben, damit ich weiß, was es ist. Passwort-Strength-Week interessiert mich nicht wirklich, weil ich das wirklich nur zum Entwickeln benutze. Wenn ihr nochmal, wenn ihr das Ganze wirklich als Server benutzt, muss das selbstverständlich stark sein. Dann muss das selbstverständlich eine gute Authentication haben. Dann muss das selbstverständlich auch ein gutes Passwort haben. Da darf nichts kaputt gehen. Wenn wir am Development-System sind, dann darf das auch kaputt gehen, weil da keine sensiblen Daten drauf gespeichert werden. Jemals. Ich benutze das Ding nur für Tutorials. Genau, das ist dazu gedacht. So, wenn wir wollen, dass MySQL beim Systemstart mitgestartet wird, können wir das hier anstellen. Ansonsten könnt ihr das hier rausmachen, je nachdem, wie viel ihr mit MySQL machen wollt. Ich werde das drin lassen und dann werden wir hier den Standard-System-Account benutzen. Von Windows aus. Das passt perfekt. Und hier können wir die Logs einstellen. Das heißt, wo Sachen gespeichert werden. Error-Logs, normale Logs, also Query-Logs und Binary-Logs. Also alles, was Logging angeht, können wir den Pfad quasi angeben. Das würde ich aber tatsächlich so lassen. Das brauchen wir nicht. Und die Advanced-Options, welche Server-ID wir haben, das ist auch in Ordnung. Das muss man hier nicht machen. Und das können wir auch so dabei behalten. So, perfekt. Damit haben wir das zumindest fertig. Jetzt können wir hier auf Execute gehen. Dann wird das ganz kurz für uns aufgesetzt. Die Datenbank wird initialisiert. Und dann wird natürlich auch der Service gestartet. Das sehen wir hier. Und dann sind wir hier fertig. Wir klicken auf Finish und machen hier einmal Next. Jetzt müssen wir nämlich noch den Router konfigurieren. Da wir den nicht zwangsläufig mit installieren müssen, gehe ich jetzt einfach direkt auf Finish, weil wir den einfach so annehmen, wie er ist. Und wir gehen nochmal weiter auf die Connection zum Server. Das ist natürlich hier auf Port 3306. Ist klar, dass es genau dasselbe ist, was wir gerade eingerichtet haben. Und wir geben hier unser Passwort ein. Ist einfach nur Root. Gut, wir checken das Ganze und wir sehen Connection succeeded. Das heißt, wir haben uns erfolgreich verbunden. Wir können hier auf Next gehen und wir können das Ganze executen. So, wunderbar. Running Scripts. Und wenn es fertig ist, dann sehen wir hier unten ein Finish. Wir können hier wieder auf Next gehen. Und ja, dementsprechend sind wir fertig. Jetzt können wir die Workbench und die Shell laden. Die Shell brauchen wir nicht. Die machen wir raus. Die Workbench, die brauchen wir durchaus. Das heißt, die können wir gleich von selbst starten lassen. So, das ist die MySQL Workbench. Sieht tatsächlich ziemlich cool sogar aus mittlerweile. Früher war das noch ein bisschen anders. So, okay. Und hier haben wir natürlich direkt die MySQL Datenbank namens MySQL 80. Und die läuft auf Root und auf dem Localhost Port 3306. Das ist wie gesagt Standard. Können hier draufklicken. Müssen hier unser Passwort eingeben. Können es aber auch direkt speichern. In meinem Fall mache ich das direkt mal. Und damit haben wir unser Fenster für diese Datenbank. Hier können wir jetzt alles machen. Hier können wir Queries ausführen. Hier können wir alles im Endeffekt angucken. Und wichtig hier unten Administration Schemas. Schemas sind eure Datenbanken. Schemas ist da, wo ihr quasi die Datenbank haben wollt. Ihr könnt hier oben neue Datenbanken erstellen. Beziehungsweise neue SQL Tabs erstellen. und damit natürlich alles machen. Ihr könnt hier neue Schemas erstellen im Connected Server. Ihr könnt hier alle möglichen Operationen natürlich von Hand ausführen. Aber ihr könnt sie auch per Code ausführen. Was wir natürlich auch uns in der Tutorial-Reihe angeguckt haben. Beziehungsweise ihr euch noch angucken werdet. Je nachdem, wo ihr gerade seid. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Jo, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.